Das ist der Dreamy L10S Ultra. Ein Reinigungssystem, das nicht nur ein leistungsstarker Saugroboter ist, sondern durch eine automatische Absaug-, Reinigungs- und Trocknungsstation viele Vorzüge und Bequemlichkeiten bietet. Denn bei aktuellen Flaggschiffmodellen wie dem L10S Ultra kommt es eben vor allem auf praktische Funktionen und automatische Abläufe an. Dass Saugroboter in dieser Klasse vernünftig reinigen und mit ordentlich Leistung ausgestattet sind, sollte selbstverständlich sein und ist daher beim aktuellen Topmodell von Dreamy keine wirkliche Überraschung. Mit 5300 Pascal Saugleistung und Navigation über ein zentimetergenaues LiDAR-Laser-System mit Kameraunterstützung streift der Roboter präzise durch die Wohnung, erkennt Möbel bzw. herumliegende Hindernisse und wechselt aufwendig zwischen Saug- und Wischfunktion hin und her. Doch lasst uns mal genauer schauen, was man da bei Dreamy so für sein Geld bekommt und was für Features damit verbunden sind. Geliefert wird alles in diesem Karton und ist ordentlich für den Transport gesichert. Auch wenn das meiste selbsterklärend bzw. im Deckel der Reinigungsstation in Kurzform erklärt wird, ist auch eine ausführliche Anleitung in deutscher Sprache dabei. Also selbst wenn man noch gar kein smartes Gerät nutzt bzw. ein wenig unsicher ist, wird einem hier sehr gut geholfen. Der Roboter selbst kommt im weißen Stormtrooper-Design und ist klassisch aufgebaut. Klappt man den Deckel auf, blickt man auf den 350ml großen Schmutzbehälter, den man dank der Absaugstation eigentlich nie entfernen muss. Man sollte gelegentlich den Filter reinigen bzw. irgendwann auch austauschen. Daran und auch an weitere Wartungsarbeiten wird man übersichtlich in der App erinnert. In diesem Turm auf dem Roboter findet sich der LiDAR-Lasersensor. Während der Fahrt werden kontinuierlich Laserstrahlen an Wände, Hindernisse und Möbel geworfen und so weiß der Roboter immer genau, wo er gerade ist. Keine Angst, diese Laserstrahlen sind vollkommen unbedenklich und sind auch für Tiere, Hunde, Katzen usw. vollkommen harmlos. Die Sensoren und die Kamera vorne helfen außerdem, Objekte KI-gestützt zu erkennen. In diesem Beispiel erkennt der Roboter beispielsweise die Waage unter dem Schrank im Badezimmer und kann dieses flache Teil so von beispielsweise einer Stufe unterscheiden und will dann nicht hochklettern, sondern umfährt dann die Waage einfach. Gleiches gilt zum Beispiel auch für das Gestell unserer Freischwingerstühle. Achtet mal darauf, wie der Roboter kurz zurückfährt, um alles mit der Kamera einzufangen, um dann präzise weiter zu navigieren. Wie gesagt, zentimetergenaue Navigation, das ist hier kein billiges Werbeversprechen, sondern Realität. Macht teilweise wirklich Spaß, dem Roboter zuzuschauen und sich an der präzisen Arbeitsweise zu erfreuen. Das Fahrwerk ist Saugroboter-typisch und so können etwa 2,5 cm hohe Kanten problemlos überwunden werden. Bei höheren Kanten sollte man eine sogenannte Türschwellenrampe verwenden. Ich verlinke euch da gerne ein paar Beispiele unten in der Videobeschreibung. Die Bürste ist aus Gummi und schaufelt zusammen mit der hohen Saugleistung auch Tierhaare aus Teppichböden oder pflückt zum Beispiel Haferflocken aus gröberen Teppichen. Gummibürsten sind deutlich wartungsfreundlicher als klassische Bürsten und Haare verfangen sich hier nicht so schnell. Funktionieren auf Teppich aber am besten in Kombination mit einer hohen Saugleistung. Verschiedene Sensoren auf der Unterseite erkennen Abgründe und so fällt der Roboter zum Beispiel nicht die Kellertreppe runter, sondern dreht dann zuverlässig um. Außerdem wird so Teppich erkannt und auf Wunsch gleichzeitig die Saugleistung auf Teppich erhöht. Erkennen die Sensoren Teppich, werden außerdem die zwei Wischaufsätze angehoben und die Rotation samt Wasserfluss gestoppt. Denn anders als bei vielen anderen Robotern arbeiten beim L10S Ultra zwei runde Wischaufsätze mit vergleichsweise groben Tüchern, welche sich 190 Mal in der Minute entgegengesetzt drehen. Das Ganze findet außerdem unter einem gewissen Druck statt, sodass diese Methode deutlich gründlicher ist als herkömmliche Mikrofasertücher, selbst wenn diese vibrieren oder sich bewegen. Durch die gröberen und sich drehenden Tücher macht sich das vor allem auf unebenen Fliesen oder ähnlichen Untergründen bemerkbar, also zum Beispiel Steinboden oder strukturiertes PVC oder Vinyl. Wie schon in einem anderen Video gesagt, bin ich jetzt kein Fan davon, Nutella, Tomatenmark oder sonstige Sauereien auf dem Boden zu verteilen, um den Roboter das im Video dann sehr eindrucksvoll wegwischen zu lassen. Es geht vielmehr darum, den Boden gründlich von Staub, Fuß abdrücken oder zum Beispiel so ähnlichen Schmutz zu befreien. Ich nenne einmal das Beispiel von unseren Katzen, die ins Katzenklo gehen. Vielleicht, wenn sie gerade von draußen kommen mit feuchten Pfoten und dann eben so Tapser verteilen. Genau das macht dieser Roboter zuverlässig weg. Vielleicht geht ihr gedanklich einfach mal durch euren Alltag und überlegt, wie oft euch schon mal eine volle Tube Tomatenmark auf dem Boden gefallen ist, die dann da ausläuft. Oder eben das Nutella-Brot auf dem Boden liegt und man dann denkt, Mensch, hätte ich jetzt mal einen Wischroboter. Ihr seht auf meinen Aufnahmen also primär diesen frisch gewischten Holzfußboden. Und wenn man einen Reinigungsplan einstellt, der das jeden Tag macht, habt ihr eben jeden Tag eine Wohnung, die wie frisch gewischt aussieht. Ich habe bei dieser Aufnahme zum Beispiel auch mal ein wenig Frischkäse auf dem Boden verteilt, das eintrocknen lassen, um vielleicht mal einen hartnäckigeren Fußabdruck zu simulieren. Und natürlich auch das wischt der Dreamy L10S Ultra mit diesem System problemlos weg. Wie gesagt, es sind rotierende Wischaufsätze, die mit ein bisschen Druck über den Boden gehen. Und das schafft er auf jeden Fall. Wie bereits erwähnt, hebt der L10S Ultra die Wischaufsätze an, sobald er Teppich erkennt oder ihr in der App eingestellt habt, dass dieser Bereich nicht gewischt werden soll. Aufgrund der relativ dicken Wischtücher berühren die Wischaufsätze trotz Anhebung noch den Teppich darunter, gerade wenn der Teppich auch etwas hochfloriger ist. Da aber kein Druck mehr ausgeübt wird und der Wasserfluss auch stoppt, wird der Teppich durch das Überfahren nicht spürbar feucht oder gar nass. Ich habe das hier mal mit einem Taschentuch demonstriert und wie ihr seht, sind erst Wasserrückstände sichtbar, wenn man mit Druck direkt an die Wischaufsätze geht. Auf dem Teppich bleibt da alles trocken. Logischerweise kommt der Teppich gerade direkt nach dem Wischen auf glatten Boden mit den feuchten Tüchern in Berührung. In der Praxis hat das für mich jedoch kein Problem dargestellt und wenn ihr jetzt einen super sensiblen Teppich habt, der bei dem kleinsten feuchten Anschein sich auflöst oder so, dann ist das natürlich nichts für euch, aber in der Regel normaler Teppichboden, Läufer oder so, ist das wirklich gar kein Problem. Idealerweise sollte man die Reinigung in der App dann so einstellen, dass es für die eigenen Bedürfnisse passt. Man kann da zum Beispiel eine Teppichmeidung einstellen, wenn es dann tatsächlich der super teure sensible Teppichboden ist, wenn der Robot erwischt und so, berührt er den Teppich dann überhaupt nicht. Außerdem kann man die Reihenfolge einstellen, in der dann letztendlich gereinigt werden soll. Zum Beispiel erst die Räume mit Teppichböden saugen und dann die anderen wischen. Das muss man je nach Wohnung oder Haus dann individuell planen. Eine weitere Option ist es, die automatische Reinigung der Wischaufsätze anzupassen, also nach bestimmten Quadratmetern oder einzelnen Zonen. Das Säubern der Wischer geschieht dabei vollkommen automatisch in der Reinigungsstation. In der Station wird außerdem der Schmutz aus dem Behälter im Roboter abgesaugt und in einen etwa 3 Liter großen Staubbeutel befördert. Je nach Haushalt hält so ein 3-Liter-Beutel etwa 2 Monate und kostet um die 2 Euro. Auch hier können Einzelheiten der automatischen Absaugung in der App angepasst werden. Noch interessanter sind allerdings die automatische Wischmop-Reinigung und Trocknung. Wie eben gesagt, kann eingestellt werden, wann und wie oft diese Reinigung stattfinden soll. Durch diverse Anschlüsse und Verbindungen wird der interne Wassertank des Roboters automatisch mit Frischwasser gefüllt. In der Station befinden sich dann zwei Behälter mit jeweils 2,5 Liter Füllmenge und im hellen Tank ist dann Frischwasser und im dunklen das abgepumpte Schmutzwasser. Beim Reinigen wird der untere Teil der Station mit Wasser gefüllt und die Wischtücher rotieren über den strukturierten Kunststoff. So, als würde man die Wischtücher manuell mit 190 Umdrehungen die Minute über ein nasses Waschbrett drehen. Anschließend wird das Schmutzwasser abgepumpt und der L10S Ultra kann mit gereinigten Wischtüchern weiterwischen. Zusätzlich befindet sich in der Mitte der Station ein Anschluss für eine Reinigungskartusche. Eine davon ist im Lieferumfang enthalten und kann optional eingesetzt werden. Nun wird der Roboter gleichzeitig mit Waschmittel versorgt und auch das kann in der App eingestellt werden. Doch es gibt noch was. Ist der Roboter fertig und fährt abschließend zum Laden, Absaugen und Reinigen zur Station, können die Wischaufsätze durch warme Luft automatisch getrocknet werden. Das verhindert gegebenenfalls Schimmel bzw. Geruch und ist gerade bei längeren Standzeiten praktisch. Auch die Trocknungszeit kann in der App eingestellt werden und man hört ganz leise so ein Föngeräusch. Wir haben es zum Beispiel nicht mehr gehört, als der Fernseher auf normale Lautstärke lief. Soll also heißen, das Föhn ist nicht lautlos, aber stört auch nicht, wenn man da nicht super empfindlich ist. Und bei uns stand das Teil halt im Grunde direkt neben dem Sofa. Start der Dehidrierung der Wäsche Der Dreamy L10s Ultra kann mit der Xiaomi Home App genutzt und so gut in ein bestehendes Smart Home integriert werden. Inklusive voller Unterstützung der Sprachassistenten von Amazon und Google. Die App bietet zudem zahlreiche Komfortoptionen zur Bedienung und Steuerung des Roboters. Man kann mehrere Etagen kartieren und verwalten, einzelne Räume zum Beispiel per Sprachassistent reinigen lassen oder eine Zonereinigung starten bzw. mehrere Zonen anlegen und dann nur genau dort reinigen lassen. Es gibt virtuelle Wände, verbotene Zonen oder eben die erwähnten wischfreien Zonen. Reinigungspläne kann angelegt werden an verschiedenen Tagen, am Wochenende und dabei kann man auch noch bestimmen, zu welchem Zeitpunkt wie genau gereinigt werden soll. Man kann zum Beispiel sagen, den einen Tag nur wischen, den anderen Tag nur saugen oder alles auf einmal oder das Schlafzimmer jeden Tag und den Rest nur zweimal die Woche. Da ist man komplett frei. Okay, Saugleistung, Wasserfluss etc. Man könnte im Grunde ein eigenes Video zur App und diesen ganzen Möglichkeiten machen. Ach ja, der Sauger spricht natürlich auch wie jeder moderne Saugroboter. Man kann hier natürlich Deutsch einstellen und er sagt dann, wann er auflädt, wann er seine Wischmöppe trocknet bzw. wenn man ihn nicht mehr findet, kann man auch in der App einen Knopf drücken und dann sagt er, ich bin hier und dann kann man ihn suchen. Man kann ihn aber auch stumm schalten. Ist auch eine ganz nette Funktion. Insgesamt liefert Dreamy mit dem L10S Ultra hier eine der besten Lösungen auf dem Markt und ist dabei merklich günstiger als die Mitbewerber. Zudem ist vor allem die Reinigungsstation schön kompakt in die Höhe gebaut und braucht so vergleichsweise wenig Platz. Ich blende euch hier mal die Maße und Eigenschaften des Roboters und natürlich auch der Station im Überblick ein. Kritikpunkte gibt es von meiner Seite kaum. Ich musste mich wirklich hinsetzen, überlegen, was ich daran jetzt schlecht finde. Eventuell könnte man den Roboter vielleicht so bauen, dass die Wischaufsätze komplett in den Roboter einfahren und vielleicht dann auch noch mit einem Motor und einer Abdeckung abgedeckt werden. Und so wären dann beispielsweise die besagten sensiblen Teppiche, die sich bei Überfahren auflösen, die wären dann natürlich auch safe. Aber das ist nur so eine Spinnerei. Vielleicht kommt das ja irgendwann tatsächlich, dass die so dünn sind, dass die komplett einfahren können. Dann wäre da noch das fehlende Licht. Der L10S Ultra hat kein Licht. In der Praxis hat es jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Aber theoretisch könnte so ein Licht die Kamera bei dunklen Passagen unterstützen und so Gegenstände besser erkennen. Bei mir hat er auch Kabel unterm Bett erkannt. Und da ist es jetzt nicht wirklich hell, ist halt die Frage, ob man es wirklich braucht. Aber das ist halt so ein Feature, das dieser Roboter jetzt nicht hat. Preis-Leistungstechnisch gibt es derzeit meiner Meinung nach nichts Besseres. Und daher gibt es auch eine ganz klare Kaufempfehlung für all die, die eben das komplette Paket suchen und die aktuelle, bestmögliche Automatisierung bei einem Saugroboter haben wollen. Ich habe das Teil jetzt tatsächlich für meine Mutter bestellt, weil die großer Fan von diesen rotierenden Wischaufsätzen war. Die hat bei den anderen immer gesagt, das kann nichts sein mit dem Glatten und so weiter, mit dem Hinterherziehen. Aber das mit dem Drehen bzw. Runterdrücken und auch, dass die Dinger ein bisschen dicker sind, das hat ihr sehr gut gefallen. Sie war hier zu Besuch und sagte, das könnte ich mir auch mal vorstellen, das will ich mir ausprobieren und so weiter. Und wie gesagt, wenn es nichts ist, kann man es wieder zurückschicken. Ja, entsprechende Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und bei Fragen stehe ich auch wie immer in den Kommentaren zur Verfügung. Habt ihr ein spezielles Szenario, spezielle Wohnung, spezielles Haus und so weiter? Fragt sehr gerne. Hier laufen wir vielleicht ein, zweimal gesehen. Habt auch Katzen rum, auch in Richtung Haustiere könnt ihr Fragen stellen. Da gibt es in der App übrigens auch eine extra Kategorie, wo man Haustiere anwählen können. Und dann erkennt die Kamera zuverlässiger, zum Beispiel Hundekot oder so und umfährt das dann zuverlässig. Das sind alles so Sachen, man kann nicht 100% in so einem Video abdecken. Aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck gewonnen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann. Peace. Besonders. uuuu- Musik Vielen Dank.